Heute testen wir für euch den Freego Deluxe. Und jetzt testen wir die Fahrzeuge auf Schotter. Wir testen das Fahrzeug jetzt auf Gras. Und jetzt der Test auf Straßengauglichkeit. Und jetzt testen wir, ob wir damit auch dritten Runde fahren können. Und jetzt testen wir die Geschwindigkeit. Und jetzt testen wir die Fahrzeuge. 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 Und jetzt testen wir die Fahrzeuge.